Herr Doktor, Herr Doktor, Sie haben heute wieder frei. Ja, und steht ein Zettel da oben. Heute frei, morgen geschlossen. Warum? Ein Tag ist vorhanden, der was ein Fenstertag ist. Dann ist der rechte ganze Woche frei, jawohl. Und schreibt er drauf aufs Tüttelchen. Leider bin ich mir zwar ganz was andern, nehm ich vom Wandern durch Wienerwald. Meine Fässer und alle von den Brennern, die Schweißler brennen. Mein arme Stolter kann man halt das Netz aufhalten. Da in Wienerwald. Ja, der Doktor, Doktor, ja, ist am Montag nicht da, ja, ja. Er hat den Zettel drauf gehängt, doch ja, er kann heute nicht arbeiten, ja. Warum denn nicht? Dann, er sagt, leider bin ich mir zwar ganz was andern, nehm ich vom Wandern durch den Wienerwald. Meine Fässer und alle von den Brennern, die Schweißler brennen. Du arme Stolter, kann man halt das Netz erfolgt. Den Wienerwald, jawohl. Der Doktor ist wandern gegangen, die Füße brennen er. Kann am Montag nichts arbeiten. Hat am Montag zugesperrt wieder. Na ja, das ist ein lockerer Doktor. Ja, und er singt immer wieder. Leider bin ich mir zwar ganz was andern, nehm ich vom Wandern durch den Wienerwald. Meine Füße sind alle von den Brennern, die Schweißler brennen. Du arme Stolter, kann man halt das Netz erfolgt. Braucht so viel Gewalt in Wienerwald. Ja, wohl.